Erzählen, wie es eigentlich war, wie alle gekommen sind, die Hunde, die Kinder und Liebhaber der hohen Kunst des Gesangs und die Damen in Schwarz, das schwarze Klavier und den Spieler zu sehen und wie diese sich langsam aus eigenen und Kraftkanonen kugelschwarzer Ballons von der herbstlichen Wiese lösten und aufstehen und Franz im Stallblau des Himmels verschwanden, unheimlich Franz.